Willkommen bei V-Prime, hier seht ihr wieder Gumbo-Videos vom Feinsten mit den reinsten Cheatern in den Videos. Ich bin natürlich Legend, aber ich verkaufe euch trotzdem für Geron15 gerne das im Angebot. Viel Spaß. Sorry, Sascha läuft sich aus. Alles okay? Du hast mich vorerst richtig gefickt. Ey, ist dir leid, ja. Oh, unten rum, unten rum. Ich werde noch aufgerufen. Laser, 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 Laser. Ey, Justus, das sind ja leid. Drifter, komm in den Koran. Ja, ich bin Sannsuk. Wir müssen unten halten, Drifter muss unten halten. Drifter, 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 Drifter! Drifter, Drifter, Drifter! Drifter, Drifter, Drifter! Ey, Drifter, hinter unserer Masse. Drifter, hinter unserer Masse, drifter, hinter unserer Masse. Ich habe doch noch zum Ziehen gedrückt, Mann. Das ist legal. Ich würde sie... Die brechen ja eine Tür auf, das kostet Geld. Ich würde sie bitten, sich zu entfernen, bevor mein Hammer sie trifft. Aus Versehen. Bekir mit der Kamera. Keine Kameras hier. was wird das hier wenn sie auch reden mit mir hallo was wird das hier wir sind leider zu spät wir sind die nachzügler treten sich mit dem rücken zu mir genau ich habe noch eine nachzügler mit genommen sie sich mit dem rücken zu mir hat man uns nicht eingetragen was wurde vergessen was passiert hier Hallo! Wir würden gerne noch mal ganz was klären, Dirk. Ihr seid zwei Idiotenkinder seid ihr. Richtig Idioten-Söhne seid ihr. Ich muss nach Hause, kannst du mich mit dem Hotel fahren? Bitte, bitte. Hey, ich werde zufrieden, bitte halt meine Hand. Was musste ich schon durchmachen? Mein Gott, wirklich. Jetzt würde ich das schon mal gehört haben. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Fatih, dass ich die Tochter deines Chefs gefickt habe. Okay. Entschuldigung. Und dass ich gesagt habe, ich würde die Stewardess nicht ficken, sondern wäre bei McDonalds. Und eigentlich war ich im Hotelzimmer und habe sie gefegt. Du brauchst deine Augen. Statement? Achso, ja, stimmt. Was spiel ich denn? Ach. Ja, das war ein, das war zu viel. Wenn du uns woanders hinfährst? 100 Millionen. Ach. Wenn du mich mit Namen ansprichst, wirst du wissen, dass ich definitiv nicht bestechlich bin. Ich habe dich nie versucht zu bestechten. Ich habe nur mit dir versucht zu reden. Ich hatte immer eine gerade Linie. Und ich bin aus dem Auto gesprungen. Jawoll. Und gefällt dir mein Körper? Alter, ich muss sagen, du hast einen verdammt geilen Arsch. Ich muss mich wirklich zurückhalten, da nicht einmal drauf zu klatschen gerade, ne? Wie beim letzten Mal? Wie beim letzten Mal, hallo? Ah, ja. Hallöchen. Ich kann nicht mehr, Chat. Ich musste lachen. Ich kann nicht mehr. Ähm. Ja? Was denn? Ich glaube, ich muss auch aufs Klo. Mhm. Ganz kurz nur. Ich bin sofort wieder da. Mach einfach weiter, ja? Ja, 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 ja. Ich mach einfach hier weiter. Oh. Oh, okay. Der Oya-Bool. Junge, du weißt gar nicht, was hier gerade passiert. Was? Was passiert gerade hier? Wie wichs ich mir ein? Digga, es bringt nichts, ob du einen Dispatch machst oder nicht. Steig jetzt aus. Ist dein Ernst jetzt, oder was, Alter? Man sagt so, 5 Minuten lang aussteigen, du bin. Bist du bescheuert, du blöde Kuh? Du hast rote Haare und nix im Kopf! Mann! Steig aus! Rausch! Jogi, das ist doch kein Dispatch, mach ich. Dig doch mal falsch. Ey, wisst ihr, dass du einen Dispatch gemacht hast? Uns ist das egal! Rausch, ey! Rausch! Rausch! Oh mein Gott. Ey! Es tut mir leid! Warum? So ein Junk hier, ne? Nur Nikolai hat gerade einen Anschlag auf uns gemacht. Jetzt liegt er hier. Ich weiß, wo wir sind. Oder irgendein Schafter. Hä? Ich bin hier im Tunnel da drinnen. Ist das schlecht. Ne, komm. Nö, nö. Wir gehen auf Kicklife. Ne, den Scheiß mach ich nicht mit. Oh, ich hab Kopfschmerzen gehabt, Digga. Fack mich noch nicht ab. Die nächste Frage ist er. Oh ja! Ne, wie kann ich denn so raus... Wie kann ich denn so rausfallen? Oh! Der! Ich fresse! Ich fresse! Einmal rechts ranfahren, bitte. Hallo! Das ist sonst Widerstand, ne? Das ist eine unnötige Akte. Ich fitte gleich Widerstand in deinen Arsch, Junge. Einmal rechts ranfahren, bitte. Nein. Ey, komm mal, komm mal. Ich fahre einfach im Kreis bei den Runden. Ich fahre einfach im Kreis bei den Runden. Wir haben den 1190-Juner-Park. Ey, ich bleib zur Warnung. Ich schwöre, ich rass dir aus. Lass mich denn wohl! Lass mich denn wohl! Lass mich! Ey, halten sie jetzt an! Hier, es reicht jetzt! Scheiß nicht an, Junge! Ich fahre weg! Ey, der schiebt den Klappen da unten! Halt auf! Ja, ja, die schießen schon. Halt auf, du schießt, Mann! Ich fahre nicht! Ey, wir haben den 90-Juner-Park. Ich hab rechts von dir! Ich schieb zurück, du Maniac! Ey, Jungs, du bist komm, ihr Mixer! Komm da, Lillige! Nein! Der pittet mich Wasser, ey! Wenn du mich Wasser pittest, ich dir persönlich! Ich hab ihn ausgeprägt, ja! Ja! Scheiß doch, Uwe! Du bist Engers! Nein, du fahnd jetzt anker! Mann! Ich bin dranker! Okay, äh ... Du bist werflos Immer wenn ich dich dann sehe Ja, dann tu das wieder weh Ja, ja, du bist werflos Augen wie an die Ade Aber trotzdem tu das leh Ja, ja, du bist werflos Immer wenn ich dich dann seh Ja, dann tu das wieder weh Ja, ja, du bist worthless, auch wie an dir dämmt Aber trotzdem...